Die neue Altstadt wächst und gedeiht. Sehr schön. Ja, und ich würde sagen, wir legen in dieser Episode mal los mit ein paar Schönheitsarbeiten. Ich habe doch eben eine Stromleitung gesehen. Hier, die hier. Die ist doch obsolet. Ein Teil davon zumindest. Okay. Zack. 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 Wird das hier reichen? Ne, das wird nicht reichen. Wo kommen wir denn? Hm, hier steht das ein bisschen schön drüber. Aber hier steht es auch schön drüber. Kommen wir da mit dem Ding ein bisschen näher ran hier? Gucken wir mal. Mal sehen, was passiert. Scheint gut zu sein. Sehr schön. So, was können wir noch machen? Ich würde sagen, dass wir hier in der Stadt, also direkt hier in dem Kreis selber, noch eine Buslinie bauen. Und zwar haben wir eine Buslinie, die hier direkt in der Stadt aktiv ist. Und da würde ich sagen, brauchen wir noch eine zweite dazu, die auch ein bisschen die aus äußeren Ringe bedient. Ach, die hätte ich aber ja noch abgestellt, die anderen. Naja, man kann anscheinend nicht alles haben. Gut, fahren wir mal in die andere Richtung. So, einfach freie Schnauze. Alles freut sich. So, da oben geht es ja schon wieder los. Na, machen wir mal so. Und so, und dann fahren wir hier rin. Und drehen hier eine Runde in die andere Richtung. Ein paar überlappte Stationen. Nehme ich an, ist gut, damit die Sits auch umsteigen können. So, und sind wir wieder an der Stelle. Machen wir noch einen Ring, nehmen wir noch einen runter, ja, oder? Haben wir gleich drei Ringe abgedeckt. Viel gefreut wurde, na doch. Ein bisschen Freude ist noch vorhanden. Ich dachte, die wären schon satt durch die Stationen, die schon da sind. So, und jetzt biegen wir hier ab. Und machen das Ding zu. Buslinier 8 nennen wir. Stadt 02. So, machen wir die mal alle aus, die anderen. Gucken wir uns mal die Abdeckung hier an. Ja, auf jedem Ring, abgesehen vom Äußersten. Ist jetzt eine Linie. Ich glaube, das ist ganz gut so. Na, dann warten wir mal ab. Geben wir dem Ding mal ein bisschen Zeit. Dann können wir es später auswerten. Juhet, 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 Juhet. Warte, haben wir dann. Wir haben auch noch andere schöne Gebäude, die wir bauen könnten. Hier zum Beispiel ein Kino. Äh. Das haben wir aber mittlerweile, glaube ich, auch in jedem Segment schon hier ein Ding stehen, ne? Wie war denn das? War das das? Nee. Freizeit? War das Freizeit? Nee, Freizeit sind nur Parks. Ausgärner Verbindung. Du, 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 du. Die Dinger Stufen. Hä? Die Parks, die Zonen, die Naturrufstoffe, der Bodenrichtwert, die ausgehende Verbindung, die Bevölkerung, Busse, Kriminalität, Feuersicherheit, Lärm, Müllverkehr, Stufen, Gesundheit, Bürgerzufriedenheit. Ähm, wir hatten noch irgendwo einen Filter, wo wir diese Zusatz hierbei gesehen haben. Oder täusche ich mich da jetzt? Kriegen wir die nur über den hier etwa? Nee, da tut sich ja ja nichts. Stufen im Windverkehr. Ach, Verkehr ist hier witzig im Moment. Dadurch, dass der Müll ja komplett hier in die Müllverbindung gebracht werden soll, entsteht hier mal ein kurzer kleiner Stau. Der ist aber, beziehungsweise, ein Stau, ja. Eine Überbelastung, nennen wir es mal so. Die wird wieder weg sein, wenn die Dinger hier unten leer sind oder entleert sind. Verschmutzung, Lärm, Feuersicherheit, Kriminalität, das ist alles klar. Bevölkerung, ausgehende Verbindung, Explosion, Tourismus, Bodenrichtwert, Naturrufstoffe, Viertel. Ach, hier, okay. So, da haben wir ja fast in jedem Segment schon was stehen. Wo kommt denn das Kino hin? Na, ob das hier passen wird? Das ist doch wahrscheinlich wieder zu schräg oder zu steil. Ne, sieht gut aus. Okay, Leute. Jetzt habt ihr ein Kino. Dann hätten wir noch ein größeres Kaufhaus. Hier oben ist ja auch schon ein Kaufhaus. Das kleinere. Und jetzt haben wir hier noch ein größeres. So, das kann man jetzt hier irgendwo noch anbeppen. Na, das haut ja. Guck mal, hier würde es gehen. 150K. Boom. Gut, dann würde ich sagen, haben wir erstmal wieder genug dafür getan. Und ich würde ganz gerne noch ein paar weitere Parks installieren. Weil ihr seht ja hier, dass die ganzen dunkleren Gebäude, die sind alle nicht mit Spaß versorgt. Die sind entspaßt sozusagen. So, welchen Park nehmen wir denn? Ich würde ganz gerne einen kleineren nehmen. Welcher ist denn das hier? Ein kleiner Spielplatz. Spielplätze sind gut. Die knacken wir jetzt hier zwischen. Passt er hier noch hin? Hier passt er hin. So, ja, prophylaktisch. Hier wird ja auch irgendwann was passieren. Jo, zum Verringen mal rum. So, langsam aber sicher dürften. Oder müssten denn die dunkleren Gebäude wieder verschwinden? Schön, gucken wir doch mal. Was hat der Industrie los? Ist hier das eigentlich alles okay? Wie habt ihr Müll? Wie kommt denn ihr zum Müll? Und warum wird der hier nicht abgeholt? Warum? Warum, warum? Mal gucken, überhaupt. Der hat keinen Mülltruck hier. Hier ist der Mülltruck. Das heißt? Das Mülldingenskirchen kommt hier auch hin. Na, na, na. Na komm. Zack. Also es ist bloß eine Frage der Zeit, bis diese Tonnen hier abgeholt werden. Na, hier ähnlich. Gut, das mag sein, dass sie jetzt eine Priorität haben, dass sie hier die Dinger entleeren. Heißt, so wie ich das aber auch verstanden habe, ist, dass hier diese 15 Müllfahrzeuge an und für sich den Müll einsammeln und hierher bringen. Bloß, hier soll ja eine Stelle gebracht werden. Hier soll ja gerade umgelagert werden. Doch kurz ein Eindruck, dass nur diese Müllfahrzeuge hier sich das Zeug holen. Und zwar von hier. Wie weit sind wir denn hier? 83, 92, 92, 91, 58 und 10%. Gut, dann sag ich dem einfach mal, dass er nicht entleert werden soll, aber wenn was passiert, vielleicht schriftet ja ein bisschen. Ihr hier habt keine Müllsorgen. Wahrscheinlich aber auch, weil ihr relativ nah dran seid. Hm, Müllproblem weg. So schnell kann das hier hin. Auch hier, da sind wir auch im Müllwagen. Och, Kinder seid ihr laut. Gut, wie sieht es dann aus mit Bedürfnissen? Wir möchten gerne bewohnt werden. Wir brauchen wenig Ewerbe und ein klein wenig Industrie oder Bürogebäude. So, wie weit sind wir denn hier mit dem Ausbau? Hätte ich gerne wie in SimCity, dass man ein Layer hat, wo die Gebäude komplett weg sind, damit man nur die vergebenen Zonen sehen könnte, würde, dürfte. Fände ich toll. Und machen wir weiter. Hier haben wir den Innenring. So, dann machen wir hier mit dem Innenring weiter. So, kalt mal an. Und mit dem neuen Lack drüber. Auf geht's. Bitte wohnen Sie jetzt. So, und wir haben ja auch noch nicht ein Stück Bürogebäude, wenn ich mich recht entsinne. Und die wollten wir an und für sich immer in die Werbe, in Büro, in die Werbe wollten wir ja bauen. So war jedenfalls mein Plan. Dann, Bürogebiete. In Bürogebieten finden gebildete Bürger Arbeit. Ihre Stadt sollte über eine Universität verfügen, damit ihnen genügend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Universität. Auch das sollten wir gleich mal in Angriff nehmen. So, Bürogebäude ahoi. Die Universität. Die Universität. Äh, Bildung? Bildung. Universität. Okay, was strahlt die ab? Wenn ich die hier hinbaue, dann wird es im Norden schon fast eng. Das heißt, wir sollten hier auch irgendwo in unserem Bretten Innenkreis und dafür haben wir den hier auch gebaut, damit wir dickere Gebäude unterbringen können. Hm. Ja. Wurde es eng. Aber da müssen wir durch. So, gucken wir uns das Ding nochmal an. So, was kannst du? kostet 1.920 die Woche. Normalbetrieb und eine höhere Bildung für den Einzugbereich. 55 von 4.500. Juhu. Studenten in der Stadt 65. In der ganzen Stadt gibt es 65 und wir 55. Oh, 68. Na gut. Na gut, die müssen wahrscheinlich auch erstmal alle herkommen. Das sieht vielleicht in 5 Minuten auch ganz anders aus. Wollen wir mal nicht meckern. Was hat sich übrigens mit der Ärzterei getan? Gibt es jetzt mittlerweile mal ein paar Kranke hier in der Stadt? Oh, einen. Wir haben einen kranken Bürger. Wo ist denn der? Wo ist dieser kranke Bürger? Patienten 0 von 100? Einer von 100. Der muss irgendwo hier in der Nähe wohnen, Leute. Irgendwo hier in der Nähe gibt es einen kranken Bürger. Dem würde ich ja vielleicht sei ein Orden aushandien wollen als Bürgermeister. Der kranke Bürger der Stadt? Hm. Ja, ich finde es nach wie vor merkwürdig. Ich meine, bei 9.921 Bürgern gibt es schon mal einen gebrochenen Arm oder irgendwas. Bestattungswesen 3.2 von 12 liegen wir auch noch schön im grünen Bereich. Strom 178 von 300 Megawatt ist auch schön. Wasser haben wir noch hier noch. Müll sind wir auf 70%. Müllproduktion 140.000 Wir verbrennen aber 192.000 das heißt der Müll wird weiter abnehmen. Das ist schön. Ja. Was macht die neue Buslinie? Haben wir da schon Daten? Stadt 0.2 ist okay. Ist okay. Jut. So, aber dennoch will weiter hier gewohnt werden. Das heißt, wir werden diesen Innenring jetzt mal komplett auf Dichtetwohngebietung stellen. Dichtetwohngebietung zum Schluss. Dichtetwohngebietung auch Dichtetwohngebietung nicht so. Dichtetwohngebietung auf Dichtetwohngebietung So, zweimal. Wie sieht es denn hier mit den Stufen aus? Nehmen wir uns mal ein, wir sind in der dritten Stufe von 5. Auch dritter von 5. Im Grunde haben sie alles. Gesundheit, Feuer, Polizei, Elementary, das ist die Grundschule, Highschool, Universität ist da. Friedhöfe sind da, Transportation ist da, Parks haben sie, Cargo. Hmm, Cargo, da haben wir uns ja schon mal gefragt, was Cargo sein könnte. Was Cargoverkehr haben wir hier verboten? Was soll der normale Bürger mit Cargo? So, was haben wir hier? Wie sieht es hier aus? Ja, hier ist Müll, wie blöde. Alle Mülltrucks, mal einen Polizeiwagen. Ja, das ist fast voll. Ist auch voll, aber wenn sie voll sind, bringen sie am meisten Leistungen. Obwohl die Leistung interessiert mich nicht ganz so doll, was mich am meisten interessiert ist, dass hier der Müll leer wird. Gut, das waren eben noch 10%, jetzt sind wir schon noch 45%. Die Dinger waren in der 80er, die waren in der 90er, die nehmen ordentlich ab. Jo. Sehr, sehr schön. So, was machen unsere Bürogebäude? Ist dann da was Besonderes? Oh, die Schattenseite der Stadt anscheinend. Hm. Klicken wir mal eins an, da ist fast Vollausbau. Ich dachte, dass die Bürogebäude auch richtige Wolkenkratzer eventuell werden. Na, warten wir mal, das kann ja noch alles passieren. So, wir haben überhaupt gar keine Bedürfnisse. Ja. Keine Bedürfnisse. Der Müll, das ist geklärt hier. Was passiert hier gerade? Ah, kleiner Stau anscheinend. Ist das ein Trecker? Ja. Wir haben mehrere Trecker. Boah, kühl. So, dann gucken wir mal in der Ölindustrie. Sieht auch alles so weit, wenn es gut aus. Na ja, gut, wenn es keine Bedürfnisse gibt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Episode Schluss. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Vielleicht haben wir dann ja Bedürfnisse. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ihr könnt den Kommentarbereich benutzen, wenn ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen habt. Und ein Daumen hoch wäre auch sehr schön. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.